Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu Let's Play Dark Souls 2 In Majula vorerst, da wir uns jetzt zu unserem eigentlichen Ziel porten und zwar Oh ja, das ist ein total tolles Bild Nein, und zwar der untoten Kerker Denn in diesem Part, na das stört wieder ein bisschen Denn in diesem Part werden wir Licht ins Dunkel bringen Denn da unten waren ja die ganzen Skelette Und da war ja alles dunkel und letztes Mal bin ich ja ein bisschen Naja, ich will mal sagen Moment, ein bisschen überstürzt bin ich ja losgemacht Um halt eben noch den Gerippe fürsten Oder im Grunde waren es ja eigentlich, wenn man es richtig genau nimmt, waren es ja mehrere Naja, jedenfalls um die Gerippe zu erledigen Habe ich ja auch gemacht So, und dann kann es nämlich jetzt mit der Erkundung dieser Höhle Kann die Erkundung dieser Höhle jetzt starten Ah, wie ich schon gesagt, bringen Licht ins Dunkel Und hier sind Skelette Oh, nichts da mehr mit Verfluchung Ist mal ehrlich Und ihr seht schon, der Nekromant ist tot Ja, kommt mal ehrlich, ihr könnt Hallo Geht's dir noch ganz gut Bei uns Und es brennt, ach wie schön So, und dann Ja, ist schon klar Was für Guck, seht doch, der lebt nämlich noch Das heißt, irgendwo lebt da auch noch ein Nekromant Ich habe aber Oh, wie geil Der hält seine Schwerter noch hoch Ach, das ist ja cool Ja, ja Ähm, Moment mal Stirb Irgendwo dort hinten gab es doch noch einen Eingang Stimmt, da war ich ja glaube ich auch mal kurz drin Ich dachte zumindest Mein Gott, ey Wie gesagt, hier bin ich ja letztes Mal sehr übereilt Schorken kaputt So, hier gibt es so Schorkenklamotten Bin ich ja sehr übereilt langgegangen Weil ich halt eben Nicht mehr Und das hat auch versucht Weil ich ja nicht mehr so die Zeit hatte Und ich wollte den Part halt schnell beenden Sagen wir es einfach mal so So war es ja auch wirklich Aber jetzt kann ich das Ganze ein bisschen langsamer angehen Denn ich kann schon mal so viel sagen Ich In diesem Part werden wir noch nicht beenden Aber im nächsten Part beenden wir Den Ach ja Da drüben ist der Nekromant Moment Verbrennung und Titanitscherben Und zwar drei Stück Geilo Aber ich hebe sie mir mal auf Vielleicht brauche ich sie für Für irgendwas anderes Oh mein Gott, ey Ja Auf dringlichen Leichen Und Ach, verstehe Hier ist der Durchgang Komm Aktiviere den Weg doch mal ein bisschen schneller Mein Lieber So Flammenschmetterling Und Was hat denn da für einen Hut auf? Nein Oh Mist Ich war erst oben, aber dann hatte ich ein bisschen Schiss Na ja, so kann es halt eben kommen Ist aber egal Weil ich bin ja gleich wieder draußen Nein Eigentlich zu dem, was ich sagen wollte Ich Denke mal, dass wir den Jägerhain im nächsten Part abschließen werden Denn Wie ihr sicherlich alle noch aus Oder Der Großteil Aus der Demo wisst Gibt es hier ja noch einen Boss Das interessante daran ist Dieser Boss, den es da noch gibt Der ist Naja Ähm Der ist optional Um ehrlich zu sein Den muss man gar nicht besiegen Aber ich besiege ihn natürlich Trotzdem So Du bist tot Jetzt können wir ja auch abkürzen Ach ist das schön Jetzt müssen wir nämlich nicht immer den langen Weg wieder laufen Nein, nein Achso Ne Moment mal Ups Wo bin ich denn? Hä Man sieht mal Das Skelett kommt von drüben Deshalb hat das nämlich Auch Oder deshalb ist das auch nicht gestorben So Moment Hier ist mein Zeug Und jetzt Ach komm schon ey Ja jetzt versucht er mich noch am Ende im Bild zu trollen Aber Sorry Nicht mit mir Wie schon gesagt Es ist nicht mehr viel Und ich mach das jetzt hier auch Zu Ende Ich versuche natürlich auch den Part nicht Überspannen Weil Ist auch manchmal schon passiert Aber dann war es halt eben recht interessant Und um ehrlich zu sein Ist es bisher Einmal vorgekommen Dass ich die Zeit komplett aus den Augen verloren habe Und dann einfach Am Ende einen Part hatte Der Über 40 Minuten war Weil ich nämlich überhaupt nicht darauf geachtet habe Ja Du kommst von drüben Aber Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumärgern So Jetzt muss ich aufpassen Nein Ach Mann Scheiße Dieser dreckige Necromant Ey Ach so ein Ja gut Ich kann mich nicht mit dir Cordonance bewahren Obwohl Cordonance und Dark Souls Nie und nimmer Denn ich sag mal Jeder der das hier schon mal gespielt hat Hatte bestimmt Früher oder später mal so einen Moment Wo er Sich einfach nicht mehr zusammenreißen konnte Wo er einfach nur noch aggressiv war Aber ich muss sagen Ich Wissen Am Anfang war es vielleicht noch schlimmer Aber Mittlerweile bin ich Was das betrifft Eigentlich sehr Sehr Besonnen Ich sag es einfach mal so Weil Ich reg mich jetzt nicht über jeden Scheiß auf Aber es gibt dann manchmal schon Sachen Also Die stören mich wirklich Natürlich Zehn Skelette verfolgen mich Da beispielsweise könnte ich mich jetzt auch wieder drüber aufregen Aber die können zum Glück ja eh nichts Hier guck ich mal die wie die auf mich einkloppen Moment Ja komm schieß noch einmal Und daneben So das wars Jetzt gibt es keine Skelette hier mehr Die irgendwelchen Stress machen Jetzt kann euch nämlich auch keiner mehr wieder Hallo was soll denn Habt ihr das grad gesehen Das Skelett hat mich gebacksteppt Oder war das ein Konto Naja Egal Wie dem auch sei Nicht so schlimm Eigentlich hab ich ein anderes Ziel So jetzt ist das Gebiet nämlich gezielt Jetzt machen wir nämlich dort beim Gerippefürsten weiter Oder ne wartet mal hier gab es auch noch einen Eingang Geh mal erstmal den Ja gut vergisst es Mein Fehler Gut hätte ich mich daran erinnern können Aber anders denn hab ich es vergessen So gibt es hier noch was Ne hier gab es ja nichts mehr Wie gesagt es war ein einfacher Boss Weil Meinen letzten Endes kämpfst du eigentlich fast nur gegen normale Gegner So hier geht es lang Gelobt sei die Sonne Kurz gesagt Verräumt Nein Bezweifle ich Aber Gut wie er meint Ach ne wartet mal Hier war ja der falsche Weg Hier geht es ja zum Erntetal Da will ich ja aber nicht lang Moment jetzt muss ich ja mal kurz gucken Wo hier der richtige Weg ist So den Boss muss man natürlich hundertprozentig besiegen weil Sonst kommt man eben nicht weiter Das ist keine scheinbare Wand Und das hier genauso wenig Mist Okay dann muss ich woanders lang Muss ich wahrscheinlich zurück Ja also Mein Gott ey Das ist doch wieder ein verworrenes Gebiet hier Obwohl eigentlich nicht Wie gesagt es ist nicht groß Ich weiß einfach nur nicht wo ich hingehen soll Ja ja Verfluchen kannst du mich nicht Außerdem ist meine Resistenz dagegen schon um einiges besser als noch vorher Und nein da will ich nicht lang So gut jetzt Weiß ich wo wir langen müssen Schätzungsweise denn Ich glaube das hier war's Das ist wirklich nur das Gebiet was dich direkt zum Erntetal führt Jetzt müssen wir dort oben lang Hier dann über Und was ist das Achso ich dachte da kann man reingehen Natürlich Nicht aber ich glaube hier war ich schon Verschnaufpause Ja klar Für sowas haben wir keine Zeit Ach ja genau hier hinten müssen wir ja lang Bei den ganzen verrückten Ja ich erinnere mich So da oben war ja Hier waren ja mal diese mega Diese vielen Ritter da Die mich verfolgt haben Da müssen wir nämlich auch lang Aber ich müsste mal kurz gucken Wo das war Ja ja Ihr da Äh Ja die Motten Die nerven vielleicht ein bisschen Aber wirklich jetzt stark sind sie nicht Da geht's nicht lang Ach komm nervt nicht Ich will hier nicht gegen jeden Gegner kämpfen müssen Gegenstand Och brauch ich nicht Wär's natürlich ne Fackel Hm Wär's besser gewesen Ich hätt's mitgenommen Aber Moment 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 Jetzt bin ich ja hier wieder am Anfang Wir müssen nach dort Oben Irgendwo Oh mein Gott Ey Wirklich das ist wieder schon So ne Frage der Geduld Ja Schöner Ninja bist du Okay Hab ich nichts gegen Bring mich ruhig um Ehrlich zu sein Tust du mir damit teilweise Nen Gefallen Trottel Mist Jetzt muss ich mal kurz überlegen Wo geht's lang Ich hab ja hier Drei Feuer Die Seelen Sind eh nicht viele Seelen Und so Von daher Egal Moment Drei Geheimen Brücken Ja Zur Brücke Denn wir müssen Ich weiß aber grad nicht mehr Welchen Weg ich da letztes Mal Genommen hab Da gab's ja den einen noch Wo diese ganzen Arschlöcher waren So Da oben ist ja auch noch was Okay Dann geh ich einfach mal hier längs Wo ich grad schon war Aber diesmal muss ich halt Ein bisschen genauer aufpassen Hier geht's aber Ne hier geht's nicht lang Hm Mist Da Ach hier Da geht's lang Jetzt hab ich's Ach Jahre Jahre Was soll das denn Ja Noch so ne Mathe Ist ja schön Spritze mich nur mit deinem Scheiß Voll Hier geht's lang Ah jetzt haben wir einen Weg So Jetzt geht's weiter Und Oh ne Da ist er Kleine gelbe Blüte Danke Hatten wir aber glaub ich schon mal Ich weiß gar nicht Müsste Irgendeine Resistenz bringen Aber was für eine Ach ja Genau Gegen Blitz Ist auch schön Ich muss sagen Das sind eigentlich immer richtig sinnvolle Items Die sieht man fast gar nicht Getarnte Leiche Stahlpeitsche Ja Damit hab ich auch teilweise schon Leute gesehen Im PvP Mit so ner Peitsche Oder mit zwei Peitschen Ich würd mal meinen Die ist vielleicht auch hier effektiver Als noch im normalen Dark Souls Also unter 1 Weil Da konnte sie auf jeden Fall Hier Da sind wieder solche Dudes Oh Mist Die hauen aber ganz schön rein Muss man leider sagen Und das obwohl die Gegner ja natürlich schon ein bisschen Ja gut Also ne Die Typen Die sind gar nicht so schlecht Aber die nerven halt einfach nur Weil die in Masse kommen Die können jetzt auch nicht so viel Wenn ich da gegen einen kämpfe Verliere ich nicht Aber wenn halt eben Viere Also in dem Fall ja nur drei Auf mich zugestürmt kommen Dann Hab ich denen jetzt nicht unbedingt Was entgegenzusetzen Moment Okay Hier gibt's nichts So Natürlich hängen wieder überall Skelette Sehr einladend Mhmm Allerdings Schon Dann haben wir hier nämlich Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt Aber Sieht schon ganz schön cool aus So hier müssen wir lang Müssen wir noch aufpassen Wo wir hintreten Denn so Solide sieht die Brücke Nicht mehr aus Hölle der Untoten Ein rotes Phantom Würde ich meinen Mit ner Ziemlich dicken Waffe Aber Ja gut Was soll's Oh hey Wohl das Schwert Hab ich auch schon sehr oft Im PvP gesehen Hast versagt Mein Freund Oh Wahnsinn Okay Der Typ der haut ganz schön zu Hab ich schon gesagt Das Schwert hab ich schon oft gesehen Das kann man Ich wüsse nicht Ob man das sich normal erwerben kann Oder ob man da auch Was besonderes für machen muss Naja Wie dem auch sei Ist ja nicht so Schlimm Viele Seelen Hatte ich dort sowieso nicht Dann könnte ich mal was testen Und zwar Da kann ich also Wartet mal Wenn ich jetzt die Seelen verliere Ist das ja eh egal Das waren ja eh nicht viel Das waren vielleicht 3000 Oder sowas Pff Ne Das Item würde ich schon noch gern holen Weil eigentlich Hab ich nicht vor Hierhin zurückzukehren Es gibt ja auch nicht wirklich mehr viel Vielleicht irgendwann mache ich die Gegner Aus Langeweile mal platt Oder auch sonst Um mal vielleicht Puppel Pyromantie oder sowas zu testen Moment Denn ich kann mir vorstellen Was dort hinter dem Nebel auf uns wartet Nein Was machst denn du Scheißdreck Es gibt aber keinen anderen Weg Man kommt nur auf diese Art und Weise Wie ich das gerade mache Dort nüber Soweit ich weiß In einer Demo lag das ja Dort auch schon alles zu Und Ich dachte aber Da haben noch ein paar Gegner gefehlt Weil ich glaube nämlich Gab es ja nachdem auch die Motten Ne Doch nicht Moment mal Dann setze ich mal den noch ab Und Das Schwert stecke ich noch weg Komm jetzt 15 Jetzt wiege ich ja fast gar nichts mehr Ach komm schon ey Das ist doch Gelapp Wie soll man denn sonst dort nüberkommen Ich mache mich dann sowieso wieder menschlich Weil Mit so viel Energie kann ich eh nicht nüber marschieren Kleiner Lederschild Ja Klein Brauche ich nicht Obwohl ich glaube Man kommt da auch noch anders hin Okay dann versuchen wir mal einen Hardcore Run Das wird nämlich jetzt richtig brutal Was ich gerade mache So muss das ganze Spiel über mal rumrennen Nackt Oh weh Das wäre natürlich Ich weiß ja nicht Ob das so eine Klavere Idee wäre Aber gut So jetzt Jetzt kommt der schwierigste Teil von allen Und zwar an den Leuten hier vorbei Geschafft So und jetzt mich einfach hier nach unten fallen lassen Ja hat funktioniert aber Ich glaube ich habe es trotzdem vergeigt Ach nein Mist Ach man Ja gut Wieder Nicht so schlimm Okay Dann machen wir jetzt folgendes noch in diesem Part Und zwar werde ich jetzt das Item hier gleich noch holen Wieder auf die gleiche Art und Weise wie jetzt schon Obwohl Soll ich weiter so nackt rumlaufen Ach komm ich laufe nochmal so nackt rum Und Dann werde ich noch das rote Phantom dort drüben besiegen Und dann machen wir vom Nebelschluss Denn im nächsten Part kommt noch ein Boss So viel sei gesagt Ich denke mal Wie schon gesagt Jeder der die Demo gespielt hat Weiß welcher Boss das ist Aber ich hätte um ehrlich zu sein Nicht für möglich gehalten Dass es sich bei ihm letzten Endes So ob Na doch Ist ein optionaler Boss Musst du nicht besiegen Um weiterzukommen Kannst du Einfach so Natürlich für die Seelen machst du Und ich werde euch auch noch einen anderen Grund nennen Warum man es machen sollte Also sollte Ja 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 Das ist schon so ne Sache Und jetzt Okay Auf durchs Minenfeld So der ist schlimm Der hier hinten wird nochmal gefährlich Ja aber die haben alle viel zu früh geschlagen Und diesmal ganz ruhig Die Typen verfolgen mich nicht Jawohl machen sie Aber sie stürzen dann tot Was? 900 haben die gegeben Der Fallschaden bringt auch dich um So und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein Ich glaube ich trinke mal kurz was Ist ja nicht so als ob ich nicht genug hätte Ja also man kommt da hin Aber Hä Irgendwie Ach man Ich will mir das Item jetzt noch holen Ich probiere es noch ein einziges Mal Sollte es da nicht klappen Lass ich und mache es im nächsten Part Ein einziges Mal muss schon noch drin sein Das Item gehört natürlich mit dazu Ich will euch natürlich zeigen Was ich da vergessen habe Und außerdem ist mir auch noch was Ähm Was wichtiges bewusst geworden Was ich auch vergessen habe Aber das kann ich noch nicht machen Da brauche ich nämlich Au Ach Verarsch mich doch Und zwar nämlich Brauche ich noch einen Duftzweig Für was Von dem Damit muss ich Zwei Leute Fallen mir jetzt gerade noch ein Wo ich einen Duftzweig verwenden kann Denn Dort gibt es noch was schönes Nämlich bekomme man einen Schlüssel Und der gibt uns wieder Zugang zu Nur besonderen Personen Sagen wir es mal so Damals dachte ich noch Dass dieser Gegner eigentlich keinen Sinn erfüllt Im Grunde tut er den auch nicht wirklich Aber der gibt halt eben den Schlüssel Und ohne den Und ohne den Schlüssel Kommt man nämlich nicht weiter So jetzt kommen Letzter Versuch hier Ich möchte jetzt endlich noch das Item dort haben Ich hätte es eigentlich fast geschafft Das Problem ist einfach nur Zu springen Und an mir zu drehen Und obwohl Vielleicht könnte man sich auch Näh Bräuchte ich aber komplette Rüstung Naja Wie dem auch Ja 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 Mit dem Silbernen Bist du denn bekloppt Mann warum rollst du dich denn Ja Vergess es Okay Ich würde mal sagen Das soll es an der Stelle erst mal gewesen sein Nächstes Mal sehen wir uns Dort bei dem Item Wenn ich mir das geholt habe Ja Und dann gucken wir weiter Nicht Okay Ich hoffe ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei Es wird nämlich wieder interessant Ja Und bis dahin Verabschiede ich mich Und sage wie immer Tschüss Bis dann